Musik 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 München im Frühling, ein Hinterhof im warmen Sonnenlicht. Claudia Effenberg trifft auf den Fotografen Thomas von Aarg für ein buntes Shooting. Als ehemaliges Model ist die 48-Jährige ein alter Hase im Business. Doch was macht für sie ein wirklich gutes Shooting aus? Das Wichtigste ist natürlich der Fotograf oder die Fotografin. Und wenn ich mit denen nicht klarkomme, dann brauche ich auch nicht weiter zu shooten. Eigentlich kann ich direkt nach Hause fahren. Weil ich glaube, das, was die so aus einem rausholen und was da für eine Stimmung ist und wie man sich selber fühlt, das ist mega, mega wichtig. Da kann man noch so toll Haare, Make-up, tolle Klamotten anhaben. Also das ist definitiv mir die wichtigste Person. Aber auch das Model muss mitspielen, die Stimmung in die Bilder transportieren. Und das meistert Claudia mit Bravour. Ich fühle mich natürlich hier super wohl. Das Styling ist Hammer. Ich habe einen Anzug jetzt gerade an, was ich eigentlich auch früher schon sehr, sehr gerne gemocht habe. Und ich finde, das sieht sehr, sehr stark aus. Und das unterstützt eigentlich jetzt das, was ich ausdrücken möchte. Meine Stärke, meine Power, meine Kraft, die ich habe. Und ja, ich finde es cool. Mal ganz was anderes. Nach einer Trennung, dass man da natürlich sich dann selber nochmal in eine ganz andere Richtung vielleicht entwickelt. Und ich spüre nur Stärke und Kraft und Power. Eine neue Claudia Effenberg. Stark und verletzlich zugleich perfekt in Szene gesetzt. Man spürt ihre neue Präsenz und die Freude am Shooting. Uns hat es in jedem Fall auch Spaß gemacht. Und wir freuen uns auf die tollen Bilder in Bunte. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.